äh ich brauche nicht steine das hat material eigentlich ne leider nicht also diese sternen wut sie wird scheiße in die waffen geste ja natürlich ich will nur ein paar steine haben dass ich jetzt wirklich meine ganze seite nach links bau hier nochmal hier tausend steine die steine dass ich jetzt wirklich voll kann nach links bau und so haben mit der großen peter machen nur die er hat den bürger nur die flüge ist nicht das beste bei kapsi ich hab flügel endlich aber bist du gerade zuhause scheiße ich kann nicht mehr rennen war wenn die straße hause ich bin gerade zuhause hey Mückenflügel hey dann ist es cooler mh immer zum licht mh 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 ich hab meine farm noch drunter naja mh hast du dir auch die goggles geholt was nein das sind die Katzenhörn mh ich lass sie dran wenn ich jetzt die hier ausrüste dann kann ich da noch rennen aber halt der Effekt geht dann nicht mehr von den Boots leider aber stimmt ah ich muss irgendwas für die Boots die Klaut in der Bottel mh ich will rennen ja ich hab die Klaut in der Bottel jetzt dafür weggeholt so jetzt werde ich das ist dein Eichhörnchen äh außerdem wir haben echt kein Dingens mehr wir wollten ein Schild grünen äh ich wollte noch die Himmels in dem fertig machen ok also wir sind die ganze Seite nach links bauen alles klar ach ich mag meine Flügel ach ich auch ach wahlmann können wir denn auch eine machen wenn ich noch so ne Feder finde wenn du willst äh ich hab erstmal eine Mückenflügel die reicht erstmal oh darf ich mithelfen du kannst doch die Seelen des Flugs haben ah die ist auf deiner Seite ok und hier fliege ich immer so ein bisschen nach oben was hier fliege ich jetzt immer am besten ein bisschen nach oben vielleicht sind da auch wenn wir ins Unsinn ok immer so aber doch ein Weibern irgendwie sind die nicht mehr selten nein ich komm nicht an die ich komm doch an die ach ich wusste nicht was denn die ist übel oben also wo bin ich äh erstmal im drücken oh ich bin oben wirklich oben ok also so ein Weibern besser geil weh hier gibt's noch so ein Trickett Schwert was denn das ah hier so ein Ballon ich halt den Ballon ich äh also nichts was war in so einen geilen Kisten finden verkaufen äh ja natürlich also da sind nicht verkaufen natürlich nicht verkaufen äh ja und noch ein Info wir haben bald dennoch sehendes Flugs für alle Sachen ist das wirklich der Fallschein weg ach ach ja oh 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 nein der Lymphom hat ein Gold fallen lassen und ich geh weg äh das ist runter gefallen die bringen anscheinend echt Kohle oh ja naja ein Gold ist jetzt auch nicht die Welt aber oh da kommt einer aber wenn du einen Gegner besiegst und einen Gold kriegst oh ja na komm hoch du Dreckett Fiek da ist er kommt natürlich von oben wo ich den von unten erwartet hab x12 mm 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 oh ist tot er hat ein Gold fallen lassen tier 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 garant tier 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 weil sie das Schwert geben können. Ah. Hier war die andere Himmelsinsel. Noch keine Himmelsinsel von. Da gab's ein Drei von. Der war grad fast schon wieder gestorben. Ah ne, wir haben ja keinen Fall schon mehr. Wir haben keinen Fall schon mehr, ne. Es war gut so. Oh ja. Wie ein Lolli. Der macht nur 20 Leben. Ja, er macht ein Herz hoch. Ich will jetzt eine Tasche finden. Die sind geil. Ja, ich weiß. Ich will da nicht die selblichen Eier drin finden. Da haben wir auch Katzen auch noch. Katzen auch noch sind geil. Ach stimmt, ich hab ja diesen Feuereffekt. Wie viele Silberminzen lassen die fallen? Ah, immer nur eine. Dem sind wir grad gesteckt. Bei mir haben sie grad drei fallen lassen. Okay. Einer meine ich jetzt auch. Einer hab hier. Oh, ich hab echt keine Tränke mehr, wa? Ich hab grad einen 50er dran genommen. Ich hab grad einen 50er dran genommen. Bootybag! Oh, ein Pixie-Shirt? Na toll. Muss ich leider anziehen. Jetzt weiß ich auch, warum die das jetzt erst released haben. Dass das Wesen mit dem Oktober noch hingeklappt hat oder so. Ihhh, das ist unglaublich hässlich. Aber ich zieh das jetzt an. Ich bin übelst bunt. Na ja, pink und grün. Ah, scheiße. Ah, man kann durch Verbrennung sterben. Okay. War jetzt eigentlich ne Tatsache. Ah! Aha, ich weiß. Du weißt doch, wie ich da immer verheirkt bin. Oh, ja. Schaff keiner alleine. Ja, dann musste ich die machen. Oh. Weil du zu Nubi warst. Lass mir in Ruhe. Ich würde dich niemals beleidigen. So was würde ich nie kommen. Hast du eigentlich schon das mit G gestern noch probiert? Was? Ah, nein, haben wir nicht. Ich kann ja keinen erstellen. Wieso nicht? Weil mir erstellt er die Dinger nicht. Ah, das ist mir ja nicht relativ. Also bin ich nicht Instant Host oder was? Ah, du bist Instant Host. Ah, das leckt nicht. Nee, das leckt er nicht. Außer dieses Eno-Holz da. Was? Nee, nee, das ist normal. Passt hier doch um, äh, Single Player. Wenn das auf etwas liegt. Ah, stimmt. Da hab ich noch keine mit in Hilfe gefunden. Ah, noch mal einer. Willst du mich verkacken oder so? Dann haben wir die noch sehenden Flugs für alle Füße. Ah, ich glaub diesmal werde ich verreckt. Können wir so ne Collection machen? Oh, die Sommer Collection. Oh, zieh mich an. Hier zum Laufsteg. Ich bin so ein Scheiß. Und dann, hey, übel dunkel. Ich sitze auf so'n Stuhl. Dann klick. Alle Lichter gehen an. Und du stehst da in nem Outfit. Aber dein Pixie-Outfit passt irgendwie zu meinen Flügeln. Lass es jetzt an. Ich seh aus wie ein... Ich seh aus wie Peter Barm... Ein Gay für Marat oder was? Ja. Dass diese Hose doch ein bisschen bauchfrei ist. Weil da ist ein so'n hautfarbener Strich inzwischen. Ich lass das jetzt an. Das ist event, ja. Äh. Äh. Hoffentlich bleiben die Items auch. Die Items... Bleiben definitiv. Aber ich weiß halt nicht, ob das nur heute ist. Oh, noch ne Himmelsinsel. Meine vierte. Ich hab gar keine. Ja. Oh, das ist sogar Geholied, wa? Ich glaube, die können doch korrupieren da oben. Das ist echt kacke. Noch so'n dreckig Schwert! Nein, goodie big! Oh, da spring ich jetzt hinterher. Da ist es. Aber davon findest du diese Scheiße oft. Ich bin der Co-Aption. Grimmsen. Oh, da hat sie einen schön ausgebreitet. Wie ist das? Offline-Mode. Ist ja echt geil, wenn das funktionieren würde, so. Bei der Schuhsohle. Oh, wie weit geht das schon, bitteschön? Wo bin ich überhaupt? Was? Was'n? Das war wirklich meine vierte, wa? Die sind sogar an regelmäßigen Abständen, sehe ich gerade, ja. Okay. Leider ist das nicht so, dass du meine Gegend aussiehst, da wo ich denn war. Ah, das wär echt scheiße. Äh, das wär echt geil eigentlich. Wär erstmal ich steil. Äh, ich sammle grad Pumpkins, ja. Äh. Sag, nicht hier umkommen fehlen. Ich hab 46 Pumpkins. Äh, HP'n kommen auch unten. Im Holy-Gebiet. Nein, die sind dir gefolgt. Äh, wirklich? Hm, die können nicht unten kommen. Okay. Niemals. Niemals. Sonnenschleim. Also, ein Hasenschleim. Die sind anyens, geil. Ah, ich weiß nicht, warum Hasenschleim. Wir müssen irgendwie so einen anderen Kopf nehmen können. Schleimschleim. Skeletenschleim. Oh, äh. Das würde besser aussehen. Oh, so ein Hase mit einer Skeleton-Maske. Ach. Hier sind Kinder. Oh, gib mir deine Zuckerstange. Oh, Magical Pumpkin Seed. Summons, äh, Pets Quashing. Wat? Oh, ich hab'n... Warte, kacke. Da mir läuft ein Kakt... Ich hab'n Haustier. Ein Kürbis. Ja, ein Kürbis. Kaktus. Ich hab'n kleinen Kürbis, der mir jetzt hinterherläuft. Oh, das ist ganz geil. Ich läuft da ran. Wow, der kann einfach mal seinen Kopf drehen und... Irgendwie ist creepy oder was? Äh, der... Ey, ich komm' an dem Block nicht vorbei. Dreht sich erstmal so irgendwie schnell und fliegt da durch. Ey, der ist aber eigentlich jetzt geil. Slime Stuff. Ich hab'n Schleim stark gekriegt. Das schwört ein Babyschleim, der für dich kämpft. Oh, das ist geil. Oh, geil. Ey, der ist übelst stark. Was ist das? Scheiße, halt wie ein Goldfeindler. Ey, der Babyschleim ist übelst geil. Der verfolgt mich auch inzwischen noch. Der ist wie ein Haustier. Das ist geil. So ihn will ich dann auch haben irgendwann. Oh, soll ich den geben? Ne, ne, behalte du den erstmal. Ach klar. Der... Der Pumpkin kann fliegen. Der fliegt mir hinterher, wenn er... Wenn ich in der Luft bin. Der dreht sich. Ey, der ist übelst geil. Ey, ich liebe das abseits irgendwie. Oh, ja. Aber wie ihr sagtest, vielleicht nur heute so. Äh... Oh, das wäre immer mal scheiße. Ja, dann würde ich heute alle farmen. Sogar der Babyschleim kann fliegen. Der hat Flügel auf einmal. Und der hat so ne geile Fresse. So ne, ähm... So ne Anime-Fresse. So. Runt und so. Das ewels geil. Und der hat nen Doppel. Ah. Der ist auch ein Babyschleim. Äh... Ne, die Harpien kommen auch unten. Ah, ist pisst. Ah, ich merke... Ne, ich merke es. Ich bin ja schon krank durch den Scheißregen. Ah, jo, oh, ändert sich nichts. Wenn ich noch so ein Babypumpkin finde, willst du den haben? Babypumpkin? Ja. Babypumpkin? Ähm, Babyschleim. Dafür muss ich was anderes kennen. Aber ich meine nur, wenn ich noch so ein Babypumpkin finde, will ich den geben? Will ich erst mal sehen, ja. Ja. Der ist eigentlich übelst geil. Dann dreht der sich auch noch so geil, wenn du fliegst. Mhhh. Und der Babyschleim bleibt irgendwie instant bei dir. Der verbraucht 10 Mana. Das ist er ja. Er ist ja nur einmal beschwören. Ja. Aber der macht instant Schaden. Übelst extrem, oder wat? Ja, der ist übelst geil. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt so instant Schaden kriege. Ich hatte mal was an, womit ich, äh, unverwundbar immer ne kurze Zeit war. Ich weiß nicht mehr, was das war. Äh, die Kreuzkette. Das war die. Oh, dann brauche ich die ja doch. Ich habe so ein Starvale. So eine Kreuzkette mit so einem Sternending. Wenn ich geschlafen werde, habe ich, äh, Unverwundbarkeit kurz. Und, äh, ich lasse Sterne fallen. Zu der Tarn, dann können wir tauschen. Ne, ne, ich mag das ja mit den Bienen auch. Ich habe mich nur gerade gewundert. Alter, das werde ich definitiv wieder reinnehmen. Man muss hier halt irgendwas rausnehmen, was mir nicht gefällt. Wie zum Beispiel, erhöht Nahkampf-Knockback. Da brauche ich zum Beispiel nicht. Oh. Ich habe, äh, gleich die verbesserte Version. Power Glow. Nahkampf-Knockback und zwölf erhöht Angriffstempo. Ne, brauche ich auch nicht. Noch Angriffstempo ist übelst geil. Zwölf Prozent. Das ist doch schon ne Menge. Ja, natürlich, aber... Bräune? Ja, musst du entscheiden. Ach, noch ein Wyvern? Willst du mich verkacken oder so? Ich habe immer so viele Tränke. Ich sterbe, glaube ich, bald. Oh, wie sind das? Weil ich bald keine Tränke mehr habe. Falls nur 50 Ertränke. Die hauen nämlich doch ein bisschen auf die Fresse, wenn man keine Tränke mehr hat. Ja, die kommen... Die kommen nämlich ganz schön regelmäßig eigentlich. Ich lasse immer immer Gold fallen. Ich finde so eine große Feder für dich, Finn. Ich will dich auch haben. Die sind geil. Ich habe eine Goldmünze davon. Hier ist der also verreckt. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, Szenen neue oder bis zu 30, glaube ich, sogar neue Flügel. Und die will ich denn schon machen. Ich werde einfach mal die Szenen des Flugs reinziehen. Ein geil. Ja, oder so. Und schon sehe ich alle Flügel. Ich werde noch was machen. Und noch eine Himmelsinsel. Mit einem Meteoriten. Ich finde keine. Du musst das leider machen. Das ist schon die fünfte. Ich glaube, das ist die letzte. Vielleicht gar keine oder was. Dann kann ich mir aber nicht vorstellen. Ah, das Hufei ist eine Promo ohne mehr, weil wir die Flügel haben. Aber nimm mal mit. Ja, natürlich. Dass wir verrecken und dann keine Flügel mehr haben. Ja, dafür haben wir ihn noch sehende Flugs und Federn. Ja. Ja. Ja.